Sag mal, Ingrid, was machst denn du da? Bitte störe mich nicht, ich arbeite. Du arbeitest? Aha. Und für sowas wird man bezahlt? Nein, ich tue es freiwillig für unsere Bevölkerung. Was? Und das hilft unserer Bevölkerung? Es hilft gegen Krokodile. Aber Ingrid, es gibt im Umkreis von mehreren tausend Kilometern keine Krokodile mehr bei uns. Na siehst du? Das ist nur eine kleine Kostprobe. Das ist nur eine kleine Kostprobe. Wirkliche. Wirkliche. Unere Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus Guten Abend In unserer letzten Sendung hat an dieser Stelle die bezaubernde Ingrid Steger endlich die Vorherrschaft der Männer gebrochen Und während sich weiblicher Charme in anderen Nachrichten und Sportsendungen des deutschen Fernsehens nur sehr mühsam durchsetzt, kämpft Klimbim weiter für das zarte Geschlecht Heute kämpfen für Sie Ich werde mir selbst zwei Vertreter des sogenannten starken Geschlechts überlassen Wäre ich keine Frau, würde ich mich sofort in sie verlieben Tun Sie es mit mir Und zwar in Wichert von Roel und Horst Jüssen Nachdem wir soeben von diesem reizenden Haaren so charmant angesagt worden sind Du Horst, das war eine Dame Er trug eine Krawatte und war im Stimmbruch Der Männerlook ist schick und eine tiefe Stimme ist zu sexy Ah, der schicke Kerl mit der sexy Stimme, der uns soeben angesagt hat, war Elisabeth Sag mal, schon wieder eine Frau im Fernsehen, die wie ein Mann auftritt Du, dieser Emanzipationsdschungel, der macht mich völlig verrückt Ja Horst, ich muss dich jetzt leider unterbrechen Ah ja, du hast recht Herzlich willkommen, meine Damen und Herren Wir begrüßen Sie bei Klimbim Und freuen uns, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind Und dass Sie zu Hause wieder eingeschaltet haben Ja, und sei es drum Guten Abend, meine Damen und Herren Sag mal, ist dir noch nie aufgefallen, wie oft im deutschen Fernsehen guten Abend gesagt wird Die Ansagerin, der Tagesschausprecher, der Wetteronkel Das Wort zum Sonntag, die Moderatoren, die Kommentatoren Jeder tritt auf und sagt guten Abend, meine Damen und Herren Ja, ja, sicher, du hast recht Ich meine, die Leute wollen gemütlich zu Hause sitzen Wollen sich entspannen Und da haben Sie beim Fernsehen immer so das Gefühl Sie säßen in der Kneipe, nicht? Guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend Ja, richtig, richtig Die sind richtig froh, wenn zum Schluss der Sendung einer kommt, der sagt Gute Nacht Ja, ja, aber wir könnten ja vielleicht mal was anderes probieren Wie find's denn das, wenn wir sagen so Hello Fans Das find ich gar nicht kurz Nicht gut, nee, warum? Wir sind zu alt, als dass es echt klingt Und zu jung, als dass es schon komisch wird, nicht? Nein, dann ist guten Abend, meine Damen und Herren, immer noch besser Das hab ich doch gleich gesagt Naja, aber jetzt ist es gedanklich untermauert Durchdiskutieren Gut, wie heißt der nächste Satz? Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind Mich hat das auch nicht gut Das sagen ja auch alle Das müssen wir nochmal durchdenken Durchdiskutieren Ja, genau, transparent machen Uns dessen bewusst werden Richtig, komm, das machen wir jetzt Also dann, meine Damen und Herren Ob wir uns freuen, dass Sie heute Abend wieder dabei sind Darüber werden wir Ihnen noch Bescheid sagen Das ist die totale deutsche Showbusiness-Frustration Guten Abend, meine Damen und Herren Ja, eines wäre noch nachzutragen Ja, was denn? Weißt du, heute vor 100 Jahren machte Carlo Larifari eine der bedeutendsten Erfindungen des Jahrhunderts Ohne die es zum Beispiel Humor überhaupt nicht gäbe Ja, was war denn das? Er erfand den Wasserwecker So, so, und was findest du daran so komisch? Ja, weißt du, dieser Wasserwecker, der weckt auf eine ungeheuer erfrischende Art und Weise Also, wie soll ich sagen, also mit einem Wort, man hält es im Bett schlicht und einfach nicht mehr aus War dieser Larifari etwa mit Filippo Hatschi befreundet? Mit wem? Mit Filippo Hatschi Wer ist das? Na, der hat den Schnupfen erfunden Ach ja, ja, natürlich, das ist die logische Folge gewissermaßen Ja, sag mal Manfred, kann man das Ding noch irgendwo sehen? Aber natürlich, exklusiv, nur hier in Klimbim Aha, na, zeig doch mal her Ja, na, pass auf Gib mal, ja Na? Ach, das ist der Wasserwecker Das ist der Wasserwecker Schönen Dank, den kannst du behalten Aber gerne, danke, ich nehme ihn wieder Der Geist ist billig, aber das Fleisch, Fleisch ist teuer Der Geist ist ein Geist oder ja, das ist ein Geist Der Geist ist ein Geist Hey! Und nun das Wetter. Das Tief, das sich über unseren Landen befindet, verliert die ersten Schrecken. Vom Norden, Süden, Westen und Osten schleichen sich wärmere Luftmassen heran und zwingen mit gemeinsamer Kraft das Barometer in schwindelnde Höhen. Die Vorhersage für morgen, warm, blauer Himmel, wolkenlos, nichts als Sonnenschein, angenehme Temperatur und überhaupt keine Widerstehung. Guten Abend. Also das ist doch jeden Abend dasselbe. Die Vorhersage stimmt doch zu Widerlob. Also wenn Sonnenschein angestellt ist, Regen ist und Regen sind... Gabriele! Verdammt noch mal, die Eier sind schon wieder knochenhart! Da wirst du wohl ein Ostereier erwischt haben, Opa! Unsinn! Ostereier sind bunt! Nur wenn sie gefärbt sind. Wenn sie nicht gefärbt sind, sind Ostereier weiß. Und warum, verdammt noch mal, werden in diesem Hause Ostereier nicht gefärbt? Die sind ja gefärbt! Ich hab sie weiß gefärbt! Verdammt noch mal! Hervorragendes Täuschungsmanöver! Diese Eier sind von ungefärbten kaum zu unterscheiden! Wir wollen vor Weihnachten und ihr kriegst nix anders in euch ein Shell, als wie von Ostereier zu reden. Was ist? In vier Wochen ist Weihnachten? Gabi, holt sofort Vater seine Angel raus! Wir brauchen einen Karpfen! Wenn ich das nicht sagen muss, das in dem Haus, das ist ja ein Wahnsinn! Also da bist du selber schuld, mein lieber Schwager. Bei deinem chronischen Dauerrausch, da kann ja gar keine heilige Stimmung aufkommen. Ja, umgekehrt, umgekehrt, mein lieber Herr Schwager. Bei deinem schlechten Champagner, da vergeht einem jede Lust zum Feiern. Weihnachten steht vor der Tür und nichts ist vorbereitet. Das habt ihr davon, weil ihr immer die scharfen Dinger lest, diese Pornos! Lest lieber den Kalender! Das war ein trauriger Weihnachten! Also nun reg dich nicht auf! Der Papa wird schon riechen! Ach, was sag ich denn? Da hat schon einer angebissen! Gabilein, du helf doch mal! Mensch, das ist ja ein toller Hecht! Das ist doch unser Weihnachtsbaum vom letzten Jahr! Eine nicht funktionierende Müllabfuhr ist besser als gar keine! Genau! Da muss doch die Gans vom letzten Jahr auch noch unten sein! Unmöglich, meine Liebe, die habe ich selber abgenommen! Vom Stollenbaum und was da? Das weiß ich ganz genau! Und auch vom Blaukraut! Ach, herrlich! Das ganze Weihnachten ist im Eimer! Ja, im Blühreimer! Wie häufig die Krippe, das Stroh und die Figuren! Sie haben mich doch schon am zweiten Feiertag in den Müll geschmissen! Sie, lassen Sie das stehen! Lassen Sie das stehen! Sind Sie denn wahnsinnig geworden? Vater, die Krippe! Die Krippe! Zu spät! Zu spät! Die Müllabfuhr hat eben alles abgeholt! So eine Unverschämtheit! Lassen Sie gefälligst unseren Dreck liegen! Das ist eine voll schwere Katastrophe! Die Weihnachten ist hin! Was machen wir jetzt? Ach, dann feiern wir eben Ostern! Die Weihnachten ist hin! Die Weihnachten ist hin! Das ist ein Spät! Was machen wir jetzt? Ich bin froh! Wie oft zusammen! Wie oft zusammen! Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh, wenn Sie weit weg sind! Grüß dich Gott, du schöne Maid. Bist du für Hans im Glück bereit? Ich bin für jede bereit, mein Kleiner. Ich schenke dir meinen Wecker hier, für diesen Regenschirm von dir. Einen Wecker könnte ich schon hier brauchen, aber ich meine, wann verschenkst du denn den Wecker? Ich bin ein echter Wandersmann und komme auch ohne Wecker an. Und so, es ist schon lang bekannt, verteilt man den Besitz im Land. Ich bin ein echter Wandersmann. 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 Oh soleil, oh soleil, oh soleil, n'arrête pas, oh soleil, ne t'en vas pas, quand tu donnes, donne-moi une belle, oh soleil, écoute-moi, oh soleil, n'arrête pas, oh soleil, reste avec moi, oh soleil, écoute-moi, ne t'en vas pas, soleil, reste avec moi, soleil. Voyez, vois, 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 voir tes filles nues, que tu as fait sortir de terre, encherpe de feu, écoute-les offrir, à toi comme l'on s'offre à Dieu. La, 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 la. Mesdames et messieurs, ce soir, le Big Bazar a été très heureux de jouer pour vous. Dominique, Christiane, Véronique, Cordélia, Karine, Maman, Jérôme, Jérôme, Roland, Christian, Jérôme, Jean-Pierre. Soleil, écoute-moi, écoute-moi, ne t'en vas pas, soleil, reste avec moi, soleil. Oh, soleil Oh, soleil Écoute-moi, ne t'en va pas Soleil, reste avec moi, soleil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Reste avec moi, soleil Soleil Oh, soleil Sohle Gut, da war gerade ein Anruf für dich. Gute oder schlechte Nachricht? Dein Hund ist tot. Mein lieber Mausi. Naja, wir hatten aber schon leider damit gerechnet. Er war immerhin schon zwölf Jahre alt. Naja, so natürlich ist er natürlich nicht gestorben. Natürlich. Wie meinst du? Er ist ertrunken. Ertrunken? Unmöglich. Wir haben in der Nähe des Hauses überhaupt kein Gewässer. Ja, nicht in der Nähe des Hauses, wie ich hatte. Im Haus. Dein Wohnzimmer stand zwei Meter unter Wasser. Mein, wo kam denn das ganze Wasser her? Naja, von der Feuerwehr. Dein Haus ist abgebrannt. So, aber wie ist denn das passiert? Ganz einfach. Da ist ein Hochspannungsmast umgefallen und die Funken knister, 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 haben Feuer gefangen. Aber so ein Hochspannungsmast, Horst, der kann auch nicht einfach umfallen. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Deine Frau ist mit dem neuen Mercedes dagegen gegangen. Mit dem neuen Mercedes. Ja, und ist ihr was passiert? Nein, nein, dem Auto Totalschaden deiner Frau ist nichts passiert. Ah, so, na Gott sei Dank. Sie sagt, es sei alles versichert. Gott sei Dank. Aber deine Schwiegermutter hat gesagt, ihr seid Pechvögel, ist ausgezogen und kommt nie zurück. Gott sei Dank, dann hat ja alles geklappt. Beep, beep, beep! Beep, beep! Musik Hey! Hey! Musik 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 Ich hab's ja nicht geschrieben. Hä? Nochmal? Ja. Früher gab's keinen. Wer saß da drauf? Die Vögel saßen nicht drauf. Wo sind die Vögel gesessen, als es noch keine Telegrafenträte gab? Musik 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 Mach weiter. Musik 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 Ja, bist du denn verrückt? Das ist doch für den Karneval. Ach, man wird auch immer älter und vergesslicher. Jetzt muss ich das alles wieder hineinkleben. Nein, was machst du da? Ich male die Ostereier an, die können wir dann als Christbaumkugel nehmen. Ah, hab ich ein kluges Töchterlein. Ja. Vater, wo ist denn die Krippe? Welche Krippe? Ach, die Krippe, die Krippe, die ist schon längst am Müll. Wer hat hier die Krippe? Wenn hier einer die Krippe hat, verlasse ich sofort das Haus. Der Opa, jetzt budelt die nicht auf, die reden doch von ganz was anderes. Ich bin ein alter Mann und wenn ich mir die Krippe hole, dann werde ich sterben. Und lieber Charlie, was wünschst du dir denn vom Christkind? Er sagt, er wünscht sich jemand mit Blutgruppe. Ah. Hab ich nie gehabt. Als ich das letzte Mal die Krippe hatte, war ich in einer derartig schlechten Verfassung, dass ich das ein zweites Mal nicht überleben würde. So, jetzt sieht das Gestrüpp doch ein bisschen nach was aus. Nimm deine Hand da weg, wenn du die Krippe hast. Na Opa, jetzt hör doch endlich auf, kein Mensch hat hier die Krippe. Das ist mir egal, Weihnachtszeit, Krippezeit. Ich sauf meine Flasche Schnaps in jedem Fall. Nach der alten Bauernregel beim Militär, kommt die Krippe, sauf noch mehr. Prost. Prost. Ja, lass mal, lass mal, mein liebes Kind. Nach dem ersten Schnaps habe ich mein Gesicht auch so verzogen wie du. Aber Opa, das ist doch gar kein Klara. Das ist doch Farbe. Ja. Wie damals in den Ardennen. Wer sich in die Bar begibt, fällt drin um. Was ist? Wo bleibt die Gans? Aber Vater, du weißt doch, die Weihnachtsgans ist im Müll. Ach du dumme Gans, ich meine doch nicht die Gans vom vorigen Jahr, ich meine doch die Gans von diesem Jahr. Aber wir haben doch dieses Jahr gar keine Gans. Das ist doch die Höhe. Da wissen wir seit Ostern, wann Weihnachten ist und dann haben wir überhaupt keine Gans im Haus. Aber das ist doch wurscht mit seinem Karpfen, eh, lieber. Ja, und wo ist der Karpfen? Wo soll ein Karpfen herkommen, wenn du immer Weihnachtsbäume anhäst? Aber das ist ja wurscht. Da essen wir halt jetzt die Oster her und nehmen uns die Gans für Ostern auf. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Jetzt haben wir schon Ostern gefeiert, weil wir keine Gans haben. Und wenn wir jetzt die Gans wieder auf Ostern schieben, ja, dann können wir ja gleich Pfingsten feiern und einen Osterhasen essen. Ja, aber wo soll ich den Osterhasen herkriegen, wo Pfingsten schon vorbei ist? Ach du, kapierst ja wieder gar nichts. Na, sie hat doch recht. Bloß, dass sie jetzt den Hasen gar nicht braucht, weil man nämlich nicht Pfingsten, sondern Weihnachten haben und den Karpfen zum neuen Jahr essen. Ah, ja, sehr richtig. Und wenn wir die Gans wieder auf Ostern schieben, bleiben uns der Eier übrig und der ist mal jetzt. Oh, bravo, das ist die Lösung. Nein, das ist voll, lieber nicht. Erst muss gesungen werden. Ja, 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 erst singen. Also gut, dann singen wir jetzt das Weihnachtslied. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Christkind. Happy Birthday to you. Was? Wer hat hier die Grippe? tous was? Zo, wer hat hier. Das war's. Und nun ist Klim Bim zu Gast. Bei den Dreharbeiten zu dem neuen James-Bond-Film James Bonds' Rache. In der Hauptrolle der neue Sensationsdarsteller Charles Connard. Ruhe, verdammt nochmal. Fangen wir denn jetzt bitte endlich an, ja? Mr. Connard, äh, Mr. Connard, darf ich bitten. Mr. Connard, wir machen jetzt die Szene mit dem Telefon zu Ende, okay? Okay. Okay, Aufnahme bitte, Drohton ab, Ruhe bitte, Kamera. Herr Regisseur, eine Zigarre bitte. James Bonds' Rache, 107, Erste. Mr. Connard, bitte. Hallo, Inspektor Miller. Ja, hier James Bond. Ich bin bei Sylvia. Sie hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Sie wissen ja, ein verliebtes Mädchen fragt nicht viel. Sie glaubt, ich bin ein Safe-Knacker aus Chicago oder sowas. Ja, heute Abend kommt die ganze Bande hierher. Ja, ja, dann können Sie sie alle schnappen, gegen Acht. Seien Sie pünktlich, Inspektor. Nein, Sie sind falsch verbunden, nicht zu danken, Fräulein. Du Schwein, du Betrüger, du wirst dafür büßen. Ich werde dich umbringen, Herr Mackey aus Chicago. Wie konnte ich so dumm sein? Ich habe alles gehört. Der verfluchte James Bond, das bist du? Du Erstzerbrecher, ich zerbreche dir auch was. Stopp, schnitt aus, sehr gut, Mr. Connard, fabelhaft, ganz fabelhaft. Ruhen Sie sich jetzt aus, wir dubbeln jetzt die Szene mit dem Leuchter, das ist mir zu gefährlich für Sie. Ja, ja, natürlich. Das Dubel, bitte. Bitte das Dubel. Das Dubel. Das Dubel. Das Dubel. Herr Wasper, Sie sind das Dubel? Wer hat Sie denn ausgesucht? Da sieht ja meine Tante dem James Bond ähnlicher als Sie. Naja, also gut. Nehmen Sie dieselbe Stellung rein wie Bond. Hier drüben, bitte, ja? Da. Hier, bitte. Herr Einautmann, danke. Fotografiert ihn nur von hinten, ich will nie sein Gesicht sehen. So, ja? Den letzten Satz bitte nochmal, ja? Mit dem Herzzerbrecher. Ja, genau, da. Kamera. James Bonds, Rache, 108, Erste. Und bitte. Du Herzzerbrecher, ich zerbreche dir auch was. Dass Sie mich so falsch entholt haben. Habe ich dir wehgetan? Das wollte ich nicht. Bitte sei mir nicht böse. Ich liebe dich, auch wenn du James Bond bist. Bitte, ich küsse dir deinen Schmerz weg. Schnitt aus. Danke, danke, das genügt. Obwohl, Söger, du hättest noch etwas härter zuschlagen können, ja? Mr. Conrad, darf ich Sie bitten? Nächste Klappe, 109. James Bond wird nach dem Niederschlag von Sylvia getröstet. Kussszene, Großaufnahme. Nicht doch, Mann, das ist der Stuhl von Mr. Conrad. Bleiben Sie stehen, machen Sie aus und Sie aufschnecken. Und Klappe, bitte. James Bonds, Rache, 109, Erste. Und bitte. Komm, ich küsse dir deinen Schmerz weg. Fabelhaft ausgezeichnet, Mr. Conrad. Sie küssen großartig, ganz ausgezeichnet. Aber jetzt hören Sie bitte auf. Hallo, bitte hören Sie auf. Wir müssen noch etwas anderes reden, ja? Nächste Szene, und zwar 110, wo der Gänsterboss und die Ganoven zur Party kommen. Seid ihr fertig? Ja, wir sind fertig. Ja, also bitte, dann machen wir es, ja? James Bonds, Rache, 110, Erste. Und bitte? Liebling der Bosse und seine Bande können jeden Augenblick hier sein. Aber ich schwöre dir, ich werde kein Wort sagen, dass du James Bond bist. Ach, du bist ein Prachtstück, meine Süße. Hallihau, Amigos, wir sind da. Und wie ich sehe, seid ihr auch voller Spaß und Verblühen, was? Schaut mal, Jungs, das wäre eine hübsche Überraschung, die beiden für uns haben. Aber wir haben auch eine Überraschung für Sie, was? Jungs, wollt ihr nicht unserem Freund McKee mal zeigen, wie wir den James Bond begrüßen würden? Jawohl, Herr Bond, Ihr Geheimnis ist entdeckt. Los! Halt, passt doch auf, ihr Idioten, ihr tut ihm ja weh. Ich brauche Mr. Connard noch sechs Wochen. Steht euch doch ein bisschen vor. Ja eben, wofür haben wir denn einen Dubel? Das Dubel, bitte. Nächste Szene, 111. James Bond wird zusammengeschlagen. Das wird ja sowieso noch von hinten gezeigt. Kommen Sie, Dubel, machen Sie. Wir haben nicht so viel Zeit. Also, wir machen erst mal eine Probe. Probeluss. Also, los, Jungs! Halt, 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 halt! Hört mal zu, ihr drei, ihr schlagt ja zu wie kleine Mädchen. Das muss brutal aussehen, sonst kommt doch niemand ins Kino. Anstatt so zu schlagen, versucht doch mal, wie Männer das machen. So! Mann, das gibt was hier, so müsst ihr es machen. Achtung, Aufnahme. 111, Erste. Also, los jetzt, Jungs! Schnitt aus, ich werde noch wahnsinnig. Muss man dem hier alles selbst machen. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass Rosen in der Vase sein sollen und keine Nelken. Ich hasse Nelken. Also, bitte, das Ganze noch einmal, ja? Mit Rosen sieht das natürlich viel schöner aus. Ruhe, bitte, Aufnahme. James Bonds, Rache, 111, zweite. Also, los jetzt, Jungs! Schnell, danke, das genügt. Mr. Connard, darf ich Sie bitte jetzt? Okay. Maske. Und das Duppel aus dem Weg raus. Heraus, machen Sie das überkommen, schnell! Auf! Ach, nehmt doch nicht so viel Sahne, seid Ihr verrückt! Klappe bitte! 112, Erste. Und bitte, Mr. Connard. Da liegt er in der Sahne, unser James Bonds. Er lebt noch, ich liebe dich und werde gerne für dich sterben. Dann stirb. Und er mit dir. Ha, mich habt ihr überhaupt nicht getroffen! Und die geheimen Papiere bekommt ihr auch nicht. Aus, ausgezeichnet, fabelhaft. Ich bin begeistert, Mr. Connard, wie Sie das machen. Aber diese scheußlichen Papiere müssen Sie wirklich nicht essen. Die frisst das Double. Na, Gott sei Dank. Her mit dem Double. James Bonds, Rache, 113, Erste. Das passt mir nicht, Double. Ihr Gesichtsausdruck ist mir viel zu traurig. Ich möchte etwas Freude dabei sehen. Sie sind doch froh, dass Sie die wertvollen Pläne für Ihre Regierung gerettet haben. Also ein stolzes Lächeln bitte. Bei uns lachen Sie. Und essen Sie. Und mehr und mehr. Ja, und lachen Sie. Ja, und essen Sie. Und schneller essen. Schneller essen. Ja. Ich werde jetzt noch bei euch, Bonds. Benni, gib doch mal einen Whisky. Seine Kehle muss dann ganz trocken sein. Okay, Wun? Das ist gut gemacht, Benni. Jetzt lachen Sie natürlich nicht mehr. Herr Moos, brechen Sie endlich zusammen. Ja, ja. Hören Sie auf zu lachen, sonst fliegen Sie hier raus. Jungs, das muss gefeiert werden. Los, Sylvia, schlipp ihr an. Komm, du Bier. Hier, trink ein Bier. Unsinn. Diese Szene wird nicht gedubelt. Na, gehen Sie es schon her. Mr. Connard, please. 117, Erste. Bitte, Mr. Connard. Sie sind ja nicht im Bild. Sie können mir nachher das Glas halten. Und los. Mensch, Jungs, der Bund lebt ja noch. Bringt ihn um. Stopp. Dass du will. Dass du will, bitte. Danke, Mr. Connard. So, und jetzt weiter. Jetzt macht ihn fertig. Gut ausgestorben. Danke, kaputt, Tod, zu Ende, vorbei. Kamera abbauen. So, das wär's für heute. Danke, Mr. Connard. Sie waren großartig. Ja, das war ein ziemlich schwieriges Szenen für mich heute. Stimmt, vielen Dank. So, Feierabend. Abschminken, bitte. Mach's aber mit der Abschminkmilch, bitte, ja. Dürfte ich bitte auch etwas Abschminkmilch haben? Natürlich. Friedrich. Ja, okay. Okay. Meine Damen und Herren, Kurt Jürgens. Herzlich willkommen in Klimbim. Das ist doch sicher etwas völlig Neues für Sie, nicht? Bei all den großen Filmen, die Sie gemacht haben. Ich meine, so wie bei uns sind Sie doch sicher nie behandelt worden. Ja, das kann man wohl sagen. Was machen Sie nach unserer Show, Kurt? Ich glaube, ich werde ein bisschen ins Salatorium gehen müssen. Ich hätte da auch noch eine Frage an Sie. Was? Das kann doch nicht sein. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass Herr Jürgens in der Show ist? Denkt mal an ich und Udo Jürgens in derselben Show. Wann hasst dich? Ach, Herr Jürgens, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange ich Sie schon verehre. Ich habe alle Platten von Ihnen. Ich weiß alles über Ihr Privatleben. Das ist aber prima. Und ich bin sogar Vorsitzende vom Udo-Jürgens-Wenn-Club in Berlin. Kurt, 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 Kurt. Und jetzt stehen wir uns auf einmal persönlich gegenüber. Das ist nett. Wahnsinn. Sie sehen vielleicht jetzt schon ein wenig älter aus wie auf den Fotos. Aber Sie wissen ja, die Fotos. Ja, die habe ich retuschiert. Ihr Name ist ewig, ob mein Herz kapiert. Ich sage schon seit Jahren, wenn mir der Udo-Jürgens jemals über den Weg läuft, dann kann er mit mir machen, was er will. Na gut. Es wird Nacht, Senorita. Und ich habe kein Klavier. Nimm mich mit in dein Häuschen. Ich will gar nichts von dir. Brauchen Sie einen Doodle-Furt? Das mache ich alleine. La 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 Hey! Ha-ha-ha! Wir haben übrigens über den Satz nachgedacht. Ja, durchgedacht, durchdiskutiert, transparent gemacht und so weiter und so weiter. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus legitim ist zu behaupten, dass wir uns freuen, dass Sie heute Abend wieder da sind. Genau. Ja, das wär's dann für heute. In unserer nächsten Sendung sehen Sie aus Italien Ornella Vannoni und aus der Welt der Oper Benno Kusche und Manfred Jungwirth. Und alle Klimbims sowie die Klimbim-Familie. Guten Abend und hoffentlich auf Wiedersehen. Auf der Polizei habe ich heute eine Maschine gesehen, die feststellen kann... Wirklich, das ist so scheiße. Auf der Polizei habe ich eine Maschine gesehen, die genau feststellen kann, ob ein Mann gelogen hat. Ich habe so eine Maschine geheiratet. Mein Vater hat mir verboten, in Pornokinos zu gehen. Ich würde dort etwas sehen, was ich nicht sehen soll. Er hatte Recht. Ich habe ihn gesehen. Er saß vor mir. Du siehst so deprimiert aus. Was ist passiert? Ich habe meine Brille verloren und kann sie nicht suchen, bis ich sie finde. Meine Schwester hat gerade ein Kind bekommen. Junge oder Mädchen? Das hat sie mir nicht gesagt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Onkel oder eine Tante bin. Wie nennt die Wissenschaft eine Frau, die die Pille nicht nimmt? Mutti! Es ist mir gerade eingefallen, dass der Weihnachtsmann in Wirklichkeit ein Hippie ist. Er trägt langes Haar, hat einen Bart und arbeitet nur einen Tag im Jahr. Fährst du am Wochenende mit mir in das romantische Hotel am Bogensee? Nein, ich mag nicht. Warum denn nicht? Ich habe den Prospekt genau studiert. Frühstück von 7 bis 11, Mittagessen von 12 bis 3, Kaffee von 3 bis 6, Abendessen von 7 bis Mitternacht. Da kommen wir ja zu überhaupt nichts mehr. Kim Bim! Manfred! 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 Komm, lass dich abhauen! Mir ist sowieso alles gelaufen. Ich möchte nur wissen, warum du immer so viel Gepäck mitnimmst. Ich habe doch nur das Nötigste gepackt. Ja sag mal, was denn das? Das Nötigste? Ja, warum hast du sie gerade im Koffer gepackt? Ich habe sie nicht ins Handschuhfach gekriegt. Komm los! Hilf mir! Das ist aber schwer, die Kleine, was? Ach ja, es zahlt sich aus! Hier, nimm das auch noch mit, dass das Wichtigste. Nö, also bitte, nicht mit mir. Ja, wir brauchen ihn aber in der nächsten Sendung. Tja, dann wird ihm unser kleines Schätzchen. Komm! Aber jetzt ist nichts mehr raus da. I'm singing in the rain, just singing in the rain, What a glorious feeling I can be again.